Nächster Springer mit der 2, Anja Ross vom WSV Bad Palenwalde. Nächster Springer, die Startnummer 7, Jan Maliurik, eben fast bisher. Nächster Springer, die Startnummer 8, Adam Hüch, ebenfalls aus Wüster. 11,5 Meter. Einstellung des bestehenden Schattenrekordes. Jubel! Annelie Töwe, und das ist ein jenes Mädchen von WSV Bad Palenwalde. Adam Hüch, wie es war? Er idealisiert den Rekord zum zweiten Mal 11,5 Meter. Annelie Töwe Bad Palenwalde, im ersten Durchgang 4 Meter. Elena Schleip von WSV Bad Palenwalde. Miko Rüßmüllerin. Tobin Kubin aus Wüster. Hugo Ackermann mit der 23. 24, Florian Kechner vom WSV Bad Palenwalde. 27, Emil Engelhardt, WSV, beziehungsweise WSV Niederfeld. Marcin Kaletta. Nico Hüßmüllerin von WSV Bad Palenwalde. Miko Hüßmüllerin von WSV Bad Palenwalde. Thomas Brackenhoff von der TSC 07 Rula. Nächster Springer. Die Startung nach 54. Tine Theusch Cienfiala. Max Unglauber. Willis Zaubert Breinwalde. Einer der besten deutschen Springer in seiner Altersstraße. Timotheusz Cienciela aus Wiesbaw in Polen. Marcin Jan Zapf 07 Rula. Begint Kötter Nowak Sakofane. Hugo Meisel WSV 1923 Bad Freimolde. Matthäus Matiusziak. Sakofane. Sakofane. Einer der Beste in dieser Altersstraße von dieser Pflanze. Elisabeth Strumpel, die 72. WSV 07 Rula. Alice Strasiltschikova. Lettland, Latvia. Ikuno Holland. TSG WSV 07 Rula. Erik Stetan aus Gaia. Die Startnummer 84. Unser Max Unglauber. ZD. Krasi Viktor Shostar, Polen. WSV 08 Rula. KFchitsursi. Ruzi V 08 Rula. WSV 08 Rula. Czarof Uhm. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020